Hallo, ich bin der größte Robbie-Williams-Fan, weil ich ihm durch ganz Deutschland hinterher gefahren bin, vor seinen Hotels gewartet habe und verdammt nochmal, ich bin nicht mit auf sein Zimmer gekommen. Und ich finde, das hätte ich jetzt echt mal verdient. Also, falls ihr das sieht, Robbie, ich warte auf dich.